Das Spiel ist aus in Sankt Petersburg und die Blauen können es eigentlich kaum fassen. Was für Emotionen, Jubel, Volk, der Lüchsen in mehrfacher Aufmerksamkeit ist. Robakai hat es tatsächlich geschafft, mit einer schlauen Art Fußball zu spielen und mit ganz viel Kampfgeist. Wir sieben es Robakai hier in Sankt Petersburg, die Auswahl aus Polen und wir sieben den Weltfußballer Robert Lewandowski mit 2 zu 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin gefahren aufs Reisen zu dir. Da oben ist der oben! Sind spezielle Leute? Ja. Das Restaurant. Yes. Yep. Das Restaurant.